Hallo und herzlich Willkommen bei The Crust. Wir sind wieder zurück. In dieser Folge 5, wie ich schon vorher gesagt hatte, ging es darum, dass wir ein paar Basic Materials bauen und dass wir vielleicht mal so ein Basic Material Bus bauen sollten und noch ein paar kleine Sachen umändern sollten, wie zum Beispiel, dass wir hier die kleinen Solar Panels haben und wir einfach mal auf komplett mittlere umsteigen und die komplett hier alle wegwerfen sollten. Das Spiel ist übrigens ab heute verfügbar. Ihr könnt es also ab heute spielen, könnt es euch bei Steam kaufen. Ich kann es bis jetzt schon ganz stark empfehlen. Ich habe bis jetzt noch keine Bugs gefunden in irgendeiner Art und Weise und es macht wirklich Spaß. Also es ist halt wie Factoria oder wie Dyson Sphere Programm mit einem kleines bisschen Ixion und auf dem Mond und es macht einfach Spaß. Kann ich einfach nur empfehlen. Ich schau mal kurz, was wir hier alles bauen müssen. Also wir müssen eine Küche bauen. Wir müssen eine Farm bauen. Und ich gucke mal kurz, weil ich glaube von den Technologien her, die Farm haben wir glaube ich schon. Genau, also die Farm haben wir schon. Wo ist die Küche? Ventilation haben wir hier. Ist das vielleicht bei Fundamentals? Field Generator? Field Generator? Nein. Also bei Engineering ist es auf jeden Fall nicht. Eismelter, Big Water, Oxygen. Medical Block? Ich finde es schön, dass hier eine Dining Table ist, aber wo ist die Küche? Ich finde es blöd. Okay. Sehr strange. Hä? Sekunde. Sie ist auch keine Küche. Na egal. Wir werden die auf jeden Fall irgendwie schon finden. Ich schaue einfach mal rein hier ins Baumenü. Das stimmt. Hier ist Forschung. Hier. Wir haben schon eine Küche. Was braucht die? Die braucht halt Titanium Plates. Und da kommen wir schon zu dem kleinen Problem. Wir haben noch 13 Titanium Plates. Das heißt, wir können auf jeden Fall eine Küche hier reinbauen. Die bauen wir jetzt einfach mal gegenüber. Und die Farm bauen wir jetzt einfach mal hier hin. Gehen wir von den Betten. Die Betten aber brauchen Aluminium. Und wir haben Aluminium Oxide. 62 Stück davon. Und wir könnten theoretisch gesehen... Ich muss überlegen. Ich hatte nämlich überlegt, sozusagen diesen Basic Bus hier hinzubauen. Damit wir da genug... hier haben wir schon vier Stück. Da auch. Okay, dann müssen wir von hier aus nach links. Da können wir nicht voll gehen. Aber lass uns einfach mal komplett hoch gehen. Bis dahin, wo wir können. Und lassen wir jetzt erstmal hier aus. Lass mal kurz schauen, wie wir aktuell am Minen sind. Aber wir bauen in die Richtung. Okay. Ich will nämlich den Basic Hub sozusagen hier haben, weil die Drohnen ja die ganze Zeit auch hoch gehen müssen. Und ich möchte die Materialien nicht so weit weg haben. Also das heißt, ich möchte eine Reihe hier von diesen Storages machen. Hier hin. Und das alles sozusagen dort landet. Aber bauen wir doch erstmal diese Storages hier auf. Wir löschen jetzt einfach mal hier alles, was da ist. Und sagen dann... Ups. Genau, wir hätten gerne das hier weg. Aus dahin, wo wir können. Okay. Wir kriegen Eisen, Titanium, Silikon, Aluminium und Wasser. Das sind sozusagen die Core Materials. Und dann haben wir halt diese ganzen Basic Materials, die wir sozusagen machen können. Aber als allererstes brauchen wir einen Produktion. So ein Teil hier. Wir werden jetzt einfach mal... Sekunde, der geht ja da rein. Ich würde nämlich gern hier Aluminium machen. Ja, ich baue den einfach mal hier hin. Wir brauchen noch Strom. Hier hin und da hin. Okay. So, dann brauchen wir noch eine Storage Box. Weil... Wir müssen wissen, was wir da drin storen können. Wir bauen jetzt einfach mal die allererste Storage Box hier hin. Dann schauen wir einfach mal, was wir da alles rein bauen können. Ich starte jetzt mal wieder die Geschwindigkeit. Und priorisieren mal das hier. Und das hier. Und den hier. Und den hier. So. Nicht genug Strom ist okay. Oh, unsere Batterien sind bei Null. Schalten wir doch mal irgendwas aus. Der hier ist aus. Schalten wir den aus. Ich glaube, wir haben nämlich genug. Ja. Und hier. Ja. Und hier. Ja, ist gut. Ah, es wird wieder Tagsüber. Also. Aber ihr seht schon, wir sind langsam knapp, äh... Knapp bei Kasse. Mit dem Strom. Schalten wir das auch aus. Schalten wir das hier aus. So, Sekunde. Fangen wir mal an. Der hier wurde jetzt nämlich gebaut. Und der soll mal bitte... Aluminium herstellen. Ähm... Und hier... Select Resources. Aha, okay. Also hier kann man wirklich nur sozusagen diese... Basic Materials reinbauen. Hm, okay. Und der hier? Der kann nur... Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Das heißt, wir können... Hier diese Regulize-Dinger bauen. Und diese Bulk Resource Storages, die können sozusagen die ganzen Rohstoffe nehmen. Wir könnten also hier vorher jetzt so einen Bulk Resource Storage reinbauen. Und der kann halt bis zu 4000 von diesen Dingern hier aufnehmen. Verstehe. Okay. Gut. So, dann bauen wir jetzt hier mal. Äh... Als allererstes... Eins auf für... Eisen. Und... Dann diverten wir den hier mal... Hier hin. Und dann noch da. Bild. Ah, schau mal. Das ist ja praktisch. Ich wusste nicht, dass die Conveyor-Bails direkt so einen Switch haben. Ähm... Und als nächstes brauchen wir einen für... So... Sekunde. Storage. Wir brauchen dann einen für hier. Hier. Und hier. Stein. Silikon. Und... Was soll ich da noch bauen? Genau. Aluminium und sowas. Ähm... Aber da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir die Produktion hinbekommen. Weil wir hier kein Aluminium haben. Wir wollen, dass die Drohnen Ressourcen bringen. Und zwar so schnell wie möglich. Ich mach mal jetzt die Geschwindigkeit langsamer. Damit wir ein bisschen Zeit haben. Das jetzt tatsächlich alles aufzubauen. Ich will mal gucken, wo das jetzt hingeht. Okay. Der packt das schon hier rein. Ich lass das mal so, weil das gibt uns die Möglichkeit ganz viel Metall aufzunehmen. Aber eigentlich ist das wichtigste das Haupt ist hier sozusagen. Wasting Resources. Expedition Control Center. Ne, wir brauchen glaube ich diese ganzen Social Sachen jetzt. Single Bed ist egal. Carbon Fiber Factory. Fundamental Science Lab. Engineering Lab. Social Lab. Wobei das wird wahrscheinlich unsere Forschungsgeschwindigkeit erhöhen. Deswegen brauchen wir blauen. Genau. Das sollte jetzt funktionieren. Da kommen wir voran. Wofür haben wir den hier jetzt? Da wollen wir Ziegelsteine haben. Hier wollen wir Polymer haben. Oder wollen wir Aluminium haben. Und da müssen wir jetzt von dem hier aus. Genau. Können sie erstmal da lassen. Die sind eh alle auf einer Linie. Das heißt sobald der hier voll ist, geht es hier weiter. Und dann da nach. Hier wäre immer wer. Aber. Kommen wir da vorbei? Ne. Ich glaub nicht. Ähm. Ich weiß gar nichts. Ja. Da kommen wir leider nicht. Ja. 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 Jetzt bräuchte ich natürlich diese. Diese Schwenkungen die hoch gehen. Ja. Jetzt bräuchte ich hier so ein. So ein. Sind underground kommen wir ja. Okay. Können wir nicht hoch gehen? Ein Level? Ähm. Ich kann nur die Richtung wechseln. Schade. Aber gut. Wir haben ja theoretisch gesehen hier eine Polymer. Lasst uns hier die Ressource ändern zu Titanium. Und das nächste was interessant wäre ist dieses Rare Earth Material. Wie wir das machen. Aber keine Ahnung wie das geht. So. Was ist mit den Betten? Ähm. Was machen wir mal? Die 5 wieder zurück bauen. Die sollten ihr sich jetzt eigentlich drum kümmern. Ne. Das brauche ich nicht. Wollte mal hier hin. Build. Ah. Ich habe das genau vor der Antenne gebaut. Ja. Damit sind wir auch happy. Bäh. Warte mal jetzt. Hier muss Ziegelsteine hin. Boah. Ich habe schon eine falsche Höhne gehabt. So. Und hier kommt jetzt Aluminium hin. Und Gerät gesehen könnten wir dann hier in der Zukunft Titanium haben. Wenn wir herausfinden würden wie wir das bauen. So. Was fehlt uns noch? Gain access to the public market. Okay. Da sind wir aber glaube ich an der Forschung noch nicht dran. Weil der Ventilator noch 4 Tage braucht. Warum? Hä? Das hier hat Priorität. Könnt ihr mal bitte die Betten bauen? Warum habe ich hier 18 Aluminium? Ah ne das ist Titanium. Ich komme durcheinander. Okay. Ich werde mal... Eigentlich wäre es besser nur noch. nachts über das zu machen. Das war ein bisschen blöd, aber ok. Jupp, das war richtig blöd. Aber gut. Woher kommt dieses Geräusch? Ah, Geld. Achso, wahrscheinlich von dem... Salvage. Apropos Salvage. Mein guter Freund. Z-Expedition. Wir brauchen dringend irgendwelche Materialien von außerhalb. Ah, falsche Tasse gedrückt. Ok. Und dann bauen wir mittlere auf. Ok. 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 Okay, jetzt müssen die nur noch die zwei Dinger da wegbauen und dann haben wir das geregelt. Kommt schon, ein bisschen ungeduldig. So, wir bauen die gerade weg. Es redet irgendwie komischerweise keiner mehr mit mir seit einer guten langen Zeit. Bin aber auch ziemlich zufrieden damit, weil ich tatsächlich da mich jetzt konzentrieren wollte. Sekunde, bin gleich wieder da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 Das ist so krass, dass ich jetzt keine Betten hier hinbekomme. Nervt mich ein kleines bisschen, um ehrlich zu sein. Aber gut, ich hätte das alles ein bisschen besser aufbauen können vorher. So, hoffen wir mal, dass das jetzt hier unser Bettenproblem löst. So, Sekunde, Lizenzenmarkt. Genau, den Online Market musste ich researchen. Mit dem machen wir jetzt mal ein kleines bisschen hoch. So. Okay, 16 Tage bis wir diesen Online Market haben. Was ist hiermit? So. Ich hätte gerne, dass die Drohnen da Materialien rein tun. Endlich. Das war jetzt so ein kleiner Trick. So und jetzt können wir nämlich hier oben, diese Steine hier haben wir nämlich auch Aluminium. Nehmen wir jetzt einfach mal alles mit, was Aluminium hat. Einfach nur um diese Mission da jetzt zu erfüllen. Okay. Brauchen wir mal ein kleines bisschen schneller, während wir warten. Müssen wir sonst noch irgendwas bauen? Nein. Was ist eigentlich mit den Batterien? Lange Batterien hätte ich gerne. Die sind bestimmt hier. Ja, wir müssen also den Spritgenerator hier machen. Phonomenal Science Lab, das hier ist Sociology Lab, Engineering Lab, Single Bett. Okay, lassen wir den hier weg machen. Versuchen wir mal die Reihe zu machen, damit wir die langen Batterien bekommen. Die werden nämlich bestimmt ziemlich viel Energie verbrauchen, sobald die dann da sind. Ah, das zweite Bett ist fertig. Hier haben wir schon fast alle Materialien da. Oh, es ist nachts. Aber viel haben wir. Lass den hier mal ausschalten. Den hier ausschalten. Den hier ausschalten. Der ist schon ausgeschaltet. Hier 200. Können wir hier gucken. 300, fast 400. Können wir auch mal eine Zeit lang anschauen, um Strom zu sparen. Ziegelblöcke haben wir nur 55. Die können wir auf jeden Fall ein bisschen weiter fahren. Arbeiten. Die landen jetzt hier lang. Ja, also der hier wird erst befüllt, wenn der hier voll ist. Super, dann ist es auf jeden Fall schon mal gut. Wie viele Tage haben wir noch übelst? 25 Tage. Dann passiert hier nichts. Hier kann ich keine Materialien haben. Kritisch haben wir das hier oben schon abgebaut. Ja, haben sie. Ungünstig. Richtig ungünstig. Richtig ungünstig. Den hier noch abbauen. Den hier noch. Der hier hat noch 6. Der hier. Da gibt es keinen, der ein kleines bisschen mehr hat. Oh, hier hat einer. 44. Da haben wir den Jackpot gezogen. Und der hier noch 17. Okay. So schauen wir uns mal an, wie die das hier jetzt machen. Oh, die ist zu schnell. Die sehen so klein aus, wenn die so rausgezoomt sind. Die Drohnen. Die Drohnen. Boah, da hat immer noch ein Stück. Ich hab... äh? Ich hab 262. Warum wird das denn nicht hier hin transportiert? Verstehe ich nicht. Was? Muss das so sein? Ich höre hier mal die Priorität. Mal gucken, was dann passiert. Und, dass die Drohnen fertig ist. Das ist mit der Drohnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Immerhin wird direkt drei Stück produziert. Die zweite kann ich jetzt noch kurz warten. Okay, da wird jetzt einiges produziert. Oh mein Gott, wir haben endlich unser Ziel erreicht, das vierte Bett zu bauen. Oh, Sekunde. Ich habe gerade noch riesige Möcke getötet. Oh mein Gott. Okay, weiter geht's. Direktor, colonists will come to the base to work, not to relax. Build a fundamental science lab so they can help generate fundamental science points. And don't forget about the medical block. The healthier our employees are, the better they will be able to perform their duties. Die muss ich natürlich mal wieder erforschen. Oh mein Gott. Sekunde. Ich muss jetzt mal schauen. Und den medical block brauche ich. Alles ist bereit für Geld. Für die Ausgaben zu verkaufen, gehen Sie in der Online Markets section von der Control Center. Du kannst nicht nur verkaufen, aber auch kaufen sie. Since wir currently versuchen, unsere Budget zu reduzieren, gehen Sie in der Sell tab. Wenn du eine Ausgabe an der Ausgabe an der Ausgabe an der Seite auf 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 der Seite. Wovon haben wir denn viel Eisen? Ok. 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 Wir haben doch mal was gutes verkauft. Ok. 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 Wir 같은 husk... wieder anscheiden warum bringt die Drohne jetzt die Materialien hier hoch? warum fährt diese Drohne hier nur im Kreis herum? ok, die werden schon wissen was sie tun hat der hier noch Materialien? ja 17 Tage so lange können wir nicht warten was war das hier? das war das Fundament des Science Bett ähm und dann wollten die noch die die Medical Block dafür brauchen wir aber das Bett ok vielleicht hätte ich doch die 17 Tage abwarten sollen wobei ist ok wird aber auch ein bisschen eng beziehungsweise die kommen schon in 15 Tagen na gut ich mach mal an dieser Stelle ähm beende ich mal das Video hier ich werde die 15 Tage oder beziehungsweise 14 Tage überspringen so dass wir im nächsten Video dann direkt dort da weitermachen können wo wir jetzt einfach aktuell sind damit wir da nicht so viel warten müssen ich hoffe es hat euch gefallen ähm falls ihr mehr davon haben wollt sagt einfach Bescheid ähm schick mal hier den Kamer her äh kann ich nicht? ok wir brauchen ein Expedition Center gut ist dann halt so die Kamera schon mal schicken genau ähm ich werde dann beim nächsten Mal weitermachen liked und subscribt und äh hinterlasst mal Kommentare ob euch das so gefällt das Format euch wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Spiel stellt sie mir gerne dann kann ich sie ja während des Spielens beim nächsten Video beantworten vielen Dank und bis zum nächsten Mal bye-bye